warum springt er denn immer daneben ach scheiße sorry alter das kann noch nicht wahr sein hallo und willkommen zurück zu let's play little big planet 3 ja wir haben zuletzt ja gegen den titanen gekämpft und sind dabei kläglich gescheitert da hat die letzte folge aufgehört ich habe dann natürlich schon weiter gespielt habt den titanen besiegt und hat mir dann auch noch ein anderes level angesehen und so weiter nur um später dann die aufnahme aus mir unbekannten gründen zu löschen ja ich habe versucht die aufnahme wieder herzustellen leider war aber der bereich der festplatte schon neu überschrieben und somit pustekuchen ja jetzt muss man das ganze noch mal spielen und denn ihr sollt ja hier nichts verpassen deswegen machen wir das mal den titanen müssen wir ja mal suchen der mangelwald weil der boss kampf so und der ist hier und wie ihr seht habe ich das schon alles auf 100 prozent weil ich habe ihn ja schon einmal besiegt jetzt muss man allerdings normal machen und deswegen lade ich mal das level das ganze hat natürlich den vorteil dass ich jetzt schon weiß was ich machen muss so glaube ich zumindest hat aber auch den nachteil dass ihr wohl erkennen werdet wie schlecht ich darin bin jump in run spiele zu spielen ja weil ich nämlich wahrscheinlich wieder genauso blöd anstelle also schauen wir mal erstmal alle fusseln aufsammeln nicht vergessen sagen wir schnell nacheinander punkte blasen um einen punktemultiplikator zu erhalten ja das machen wir kannst du mehr punkte als deine freunde sammeln wir wetten dass du das kannst naja okidoki es geht sofort los ja es geht los ich sagte es geht sofort los ja und dann geht's auch los ok blasen ansammeln jetzt kommt gleich wieder der teil den ich überhaupt nicht raffe und wahrscheinlich nur durch zufäll geschafft hat ach naja vielleicht stelle ich mich jetzt naja ok ja 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 so eine blöde kugel aber auch die runter das hatten klappt bis hierher ja super jetzt kommt der teil den habe ich zwar geschafft aber ich glaube gerast habe ich das nicht ja ja ich bin zu langsam ich sehe schon wir brauchen hier wieder einige versuche geht gut los hier aber wir kriegen das hin ja die ladezeiten also dass er jetzt zwischendurch geladen muss gut breit blablabla it came from the black swan da schicken wir es auch wieder zurück das ist ein ja ok hat geklappt ok erste runde ohne verluste überstanden zweite runde ich bin nach hause jetzt sieht gut aus wo kommt jetzt aber hier machen die scheiße aus wieder hier ein leben verloren sieht gut aus weiter geht's ja das hat geklappt zu früh losgesprungen hallo willst du mich verarschen oder was ok jetzt kommt dieses spiel wieder hier ok warten 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 springen so warten 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 springen zu spät gesprungen scheiß geh hoch da mein gott äh ja was soll äh was ich brauchte die kiste um da überhaupt hoch zu kommen hallo arzt ja wir sind hier schon fast bei sechs minuten jetzt ich hab gedacht das machen wir mal ruckzuck hier aber nix da wahrscheinlich wird das eine ganze folge hier dieser endkampf pass auf jetzt aber jetzt zeigen wir dem wie das geht ja nicht genauso ach jetzt kommen ja diese kleinen kugeln die hat sich mehr als die großen ach das war die falsche richtung ich hätte in die andere richtung muss warum springt er denn immer daneben ach scheiße sorry alter das kann noch nicht wahr sein okay jetzt ich versuche mich zu konzentrieren das war knapp jetzt aber jetzt klappt das warten springen so jetzt warten warten springen und jetzt haben wir es aber ich glaube es ist noch nicht vorbei irgendwas passiert noch jawohl und jetzt ach du scheiße was waren das jetzt noch mal habe ich vergessen ach so war das ach du scheiße ich glaube das habe ich beim letzten mal einfach geschafft weil es vorbei war irgendwie keine ahnung ein leben noch das kann ja heiter werden da passiert immer das gleiche man muss im richtigen augenblick im grunde genommen ach und dann falle ich wieder da rein und habe es nicht geschafft alter das kann doch nicht wahr sein ich und geschicklichkeit spiele ich konzentriere mich jetzt ich versuche mich zu fokussieren ich versuche mich zu fokussieren warum dauert dann das so lange mein gott ok 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 ich muss die kugel ansammeln 1 ach leck mich etwas das war schitte Ja, das war so klar, dass der da so eine Scheißkugel raushaut Ah, Mann Ich bin, hallo? Der schmeißt mich in das Wasser, man hat da keinen Einfluss drauf Das ist schon das letzte Leben Wir nutzen es zum Üben Ah, ah Ja, ich habe gerade einen ziemlich aggressiven Charakter Sag mal, wieso war denn die Kugel nicht vorher kaputt? Mein Gott Und was muss ich jetzt machen? Ich komme noch gar nicht rüber Verstehe ich nicht Was übersehe ich denn an der Stelle immer? Ey, da springt der nicht ab von der Wand Von dem Scheißknopf da Meine Jüte Dieses Mal müssen wir es einfach schaffen Jetzt kommt wieder das mit den Kisten Das ist irgendwie so ziemlich das Fieseste Ja, ein bisschen herrlichst gut Ah, leck mich an die Füße Ja Aber ich glaube, diesmal haben wir noch genug Leben Aber hat er die Blase noch genommen? Ich glaube, ja Wir haben es geschafft Wir haben es geschafft In wahrenwitzigen 13 Minuten haben wir es geschafft 100% Level abgeschlossen Yo Hammer Sag ich nur Fortsetzen Und bügel ich die Knitterfalten weg Da haben wir jetzt eine ganze Menge von Hast du schon mal Remote Play mit deinem Playstation Vita System ausprobiert? Du könntest gerade auf der Toilette sitzen Nein, habe ich nicht Ich sitze auch nicht auf dem Klo beim Zocken Dann lese ich über eine Zeitung oder sowas Auf dem Tablet oder so Gut, wir haben es geschafft Jetzt kann ich mich langsam beruhigen Und ähm, ja Yay Bravo Oh zock Was für ein Comeback Fünf Sterne Eine Szene im Kasten Fehlen noch zwei Der zweite Held sitzt irgendwo oben in der Ziggurat Bankems großen Tempel der Kreativität So kommst du direkt dorthin Papalmaché, der Obermonster Ziggurat hilft dir bei deiner Quest Papalmaché Denk stärker nach Nicht vergessen Je schneller du einen schnellen Porter hineingehörst Und so weiter Dann hatten wir schon 20 mal ungefähr Schnelle Porter Und langsame Porter Und Feuerwerk So, weiter geht's Ähm, ja Ja, wir sind jetzt hier Arme in die Großhalle Der Ziggurat Und hier habe ich auch schon ein Level gespielt Genau Es war nämlich hier der Herausforderungsraum Und ich denke Den machen wir jetzt auch Denn für ein größeres Level haben wir wahrscheinlich nicht mehr die Zeit Auch das habe ich schon gesehen Mal sehen, wie ich mich da anstelle Also mit dem Endgegner war ja ein echter Krampf gerade Muss ich sagen So, äh, behalte LittleBigPlanet Komm Für Neuigkeiten und andere schabernackt im Auge Auf der anderen Seite der Tanzakademie Ist der Hebel zum Umschalten der Musik Zieh daran Um beruhigende Musik für die Bären zu spielen Berühre nicht die Punkteblasen Das ist wichtig Sonst beruhigen sich die Bären nie Okay, also die Aufgaben Beziehungsweise die Diese Bären da Die sind irgendwie aufgeregt Und wir müssen irgendwie die Musik für die anmachen Die korrekte Damit die sich wieder abreagieren Und dürfen keine Punkteblasen sammeln Ja, das ist gar nicht so einfach Jedes Mal wenn die springen Dann springen wir auch Sozusagen Keine Punkteblasen Ah, Scheiben, wo nicht Oh, da haben wir schon die ersten Punkteblasen gesammelt Das wollten wir gar nicht So, hier geht's weiter Ja, ja, ja Äh, äh, äh Äh, achso, ja genau Ich erinnere mich Festhalten ziehen Loslassen Ah, und keine Punkteblasen Ach, Scheibenblasen Ach, Scheibenblasen So Gut Wenn die Bären aufkommen Achso, mal da Ja, ja, klar Äh Das muss man richtig timen Und dann kann man nämlich durchlaufen Ah, ja Da hätte ich auch wieder springen müssen vorher Aber ganz kurz Ja, ja Das Problem ist hier nämlich Jetzt hat's geklappt Äh, keine Blasen sammeln So 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 Das haben wir runtergezogen Ja, zumindest weiß ich, was ich machen muss Das ist ja schon mal was Äh, ja Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ich da gemacht habe Dann können wir hier nochmal durch So Ach ja Ja, okay Haben wir gerade noch hingekriegt Ich bin auf einen falschen Augenblick gesprungen Äh Alter Schwede Nee, also irgendwie Habe ich hier gerade nicht das Timing Mir fehlt hier definitiv das Timing gerade Jetzt hat's geklappt Aber ich habe so das Gefühl, als wenn ich das nicht leben schaffe Ach du Scheiße Egal Scheiß auf die Kugel Sorry Jetzt bin ich hier gerade Abgelenkt Au, verdammt Ah, Mann Das kann man jetzt nicht Jetzt hat's geklappt Ihr seht Ich bin ein bisschen am Verzweifeln hier Ah Super Sache Echt super Sache Ich glaub's nicht Jetzt muss ich die ganze Scheiß nochmal machen Ja Ich wollte die Kugel eigentlich nicht sammeln Ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich noch habe Ich bin dick Ich bin bliss Bis zum Glück Ich bin Ich bin Okay Ich bin Was jetzt? Festhalten. Mein Gott, habe ich die Leben vergeigt gerade? Ja, was meinst du, wie froh ich bin, wenn ich daran gezogen habe? Kann ich den hauen? Einfach, weil er mich gerade nervt? Hm, geht nicht. Ja, das war jetzt nicht so sehr erfolgreich. Aber wir haben es einmal gespielt. Und sind auf Platz 42.270. Und wir möchten es nicht erneut spielen. Ich gehe jetzt hier mal auf Fortsetzen. Dann sollten wir wieder in der Zentrale landen. Und sind ja hier auch schon am Ende dieser Folge wieder angekommen. Wir haben den Titanen besiegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten. Wir haben auch dieses Herausforderungslevel mit Mühe und Not geschafft. Also, ich zumindest, ja. Ich bin mir sicher, ihr da draußen könnt das viel besser als ich. Meine Bären können zu solcher Musik nicht tanzen. So, schnell weg hier, bevor da noch was quatscht. Ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder LittleBigPlanet 3 spielen. Gerne könnt ihr natürlich auch in die anderen Let's Plays reinschauen, wo ich mich hoffentlich nicht ganz so dumm anstelle. Ähm, ja, Jump'n'Run. Ich mag das total hier, das LittleBigPlanet. Aber, ey, boah. Also Geschicklichkeit, Jump'n'Run, eigentlich nicht wirklich mein Ding. Aber dennoch macht es sehr viel Spaß. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.